Weil Junge und Alte gleich wichtig sind, weil wir kompetente Mitarbeiter und Führungskräfte haben, weil wir uns ständig weiterentwickeln, weil unsere Ideen ernst genommen werden, weil wir auf unsere Umwelt achten, weil uns Qualität wichtig ist, weil wir erfolgreich sind, weil wir engagiert sind, weil wir Zukunft leben, weil wir ein Teil von Böld sind. Wir alle wurden eingebunden. Wir alle haben es mitentwickelt. Wir alle sind stolz auf unser Unternehmensleitbild. Ein attraktives Zukunftsbild ist entstanden. Die Zellstoff Pölzer G, unser Unternehmen, steht für höchste Wertschöpfung aus dem Rohstoff Holz. Wir produzieren jährlich über 450.000 Tonnen hochwertigsten Langfasersulfat-Zellstoff, 200.000 Tonnen exzellentes Kraftpapier und Energie in Form von Strom, Wärme und Biotreibstoffen. Und all das CO2-neutral. Wir verbrauchen mehr als 2.150.000 Meter Holz pro Jahr. Das heißt, ein Lkw reicht gerade einmal für sechs Minuten Produktion. Mit der bei der Zellstoffproduktion entstehenden Wärme werden nicht nur die Fabrik selbst, sondern auch mehr als 15.000 Haushalte in der Region mit Fernwärme versorgt. Der bei der Produktion aus Biomasse entstehende Dampf wird mittels Turbinen in elektrische Energie umgewandelt und stellt die gesamte Versorgung des Werkes sicher. Darüber hinaus erzeugen auch unsere zwei Wasserkraftwerke am Fluss Pölz sowie Photovoltaikanlagen mit tausenden Kollektoren auf unseren Dächern grünen Strom. Wenn man darüber nachdenkt, ist es richtig cool, dass wir unsere eigene Anlage und auch die Region mit erneuerbarer Energie und Wärme versorgen. Unsere Papiermaschinen, errichtet in den Jahren 2013 und 2019, sind die modernsten Kraftpapiermaschinen Europas. Hier läuft der weltweit größte geschweißte Yankee-Zylinder zur Herstellung der einzigartigen Klette unseres Papiers, den es zurzeit gibt. Die Anlieferung, Montage und auch die Inbetriebnahme erfüllt uns heute noch mit gewaltigem Stolz. StarCraft, unsere Papiermarke, hat sich in kürzester Zeit zum führenden Anbieter hochwertiger Kraftpapiere entwickelt. Modernste Technologie und die umfassende Expertise unseres Teams garantieren höchste Qualität, maßgeschneidert auf die Wünsche eines jeden unserer Kunden weltweit. Uns sind generationsübergreifender Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch sehr wichtig. Wir bieten als bedeutender Arbeitgeber im oberen Murtal Arbeitsplätze für über 500 Menschen. Wir fördern kontinuierliche Weiterbildung und bieten klare Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe da gelernt, mich ständig weiterentwickelt und jetzt bin ich Führungskraft. Wir sind ausgezeichnete Lehrlingsausbildner und Ausbildungsstätte für Spezialisten in den Berufen. Industriekaufleute, Elektrotechnik, Metalltechnik, Chemielabortechnik, Papiermacher, Zellstofftechnik, IT und vieles mehr. Ich war 20 Jahre Diplom-Krankenschwester, habe in Pölz umgeschult auf Papiertechnikerin und das ist richtig lässig für mich. Moderne Logistiklösungen und die zentrale Lage im Herzen Europas führen zu kurzen Anlieferzeiten. Und das macht die Zellstoff Pölz AG mit ihren Marken Orion und Starcraft zum gefragten Partner auf der ganzen Welt. Als verlässlicher und fairer Geschäftspartner garantieren wir gehirnbringende Geschäftsbeziehungen. Wer sich selbst etwas zutraut, wird andere übertreffen. Konsequente, herausragende Qualität wird durch die Einhaltung unserer hohen Standards erzielt. In Pölz leben wir täglich in und mit der Natur. Diese zu beschützen sowie zu bewahren, ist für uns selbstverständlich. Unser Anspruch an den Umweltschutz geht weit über die rechtlichen Anforderungen hinaus. Wie man sieht, hat die Pölz eine sehr gute Wasserqualität und dafür übernehmen wir Verantwortung. Pioniergeist, mutige Visionen und verantwortungsvolles Wachstum, danach handeln wir. Jetzt und in der Zukunft. An was wir heute nicht denken, wird es morgen nicht geben. Als Unternehmen der privat geführten Heinzel Group zählen wir, die Zellstoff Pölzer G, zu den Top 100 Unternehmen Österreichs. Wir sind stolz darauf, in jeder Hinsicht ein Leitbetrieb zu sein, der durch unsere Werte erfolgreich ist. Teamgeist, Vertrauen, Respekt und Anerkennung, Mut, Internationalität, Verantwortung, Engagement, Wertschätzung, Loyalität, Professionalität. Personalität, Zellstoff Pölzer G, Unser Beruf in der Heimat.